Stell dir vor, du sitzt mitten im Grand Canyon, vor dir diese riesen Berge und unten in den Schluchten, wo die ganzen Bäume und die Flüsse und alles sind und die ganzen exotischen Tiere. Und stell dir vor, du sitzt da unten und meditierst. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, das ist eines der magischsten Meditationen, die ich selbst gemacht habe vor einigen Jahren. Und das Tolle, was ich getan habe, ist, ich habe dort aufgenommen. Genau, das heißt, ich habe so ein Ambisonics-Mikrofon, was du hinstellen kannst und das nimmt einfach eins zu eins die komplette Umgebung auf in 360 Grad. Und ich habe das Ganze zu einer Meditation umgewandelt, weil für mich war es eines der bewegendsten und tiefsten Meditationen, dort im Grand Canyon zu sitzen und dort zu meditieren. Was so ein hübsches Abenteuer war, dass man einfach diese Energie und diese Dissoziation, weil die beste Dissoziation ist die Natur selbst. Du meditierst dort und dann kommt hier ein Vogel und hörst du da vorne Lianen und dann hörst du eine Biene vorbeifliegen von allen Richtungen und dieses Gefühl zu haben, tatsächlich im Grand Canyon zu sein und diese Macht und diese Berge, diese Information, diese Stille auch zu erleben, das ist jetzt möglich. Ich habe nämlich einen Frequenz-Bundle produziert, was man einzeln kaufen kann und habe den ganzen Tag und die ganze Nacht eine Aufnahme gemacht und habe die interessantesten Szenen und Phasen, die dort vorgekommen sind, zu jeweils vier Frequenzen produziert. Die erste ist eine Vier-Hertz-Frequenz, die in der Früh aufgenommen wurde. Das heißt, du hast die ganze Morgenstimmung, die Morgentiere, den Morgenwind und alles, was in der Früh passiert dort. Und der Morgen dauert ja ein paar Stunden und ich habe das komprimiert auf die besten 30 Minuten und habe die richtigen Stücke dazugetan und bei meinen Ambiente-Frequenzen ist es so, dass du nicht wie auf YouTube oder woanders einfach einen 2-Minuten-Loop bekommst, sondern du hörst wirklich immer etwas anderes. Das heißt, du bist wirklich dort und es passiert immer etwas und alle paar Sekunden, du wirst nie etwas hören, was du vorher gehört hast. Du hast immer, wie bei jeder meiner Frequenz, einfach keine Loops drin. Und das ist das Tolle. Das heißt, du sitzt wirklich dort eine halbe Stunde und du erlebst ein Abenteuer dabei, eine Geschichte. Die zweite Frequenz ist in der Mittagszeit, wo sich die ganze Stimmung ändert, wo ein bisschen mehr Pop in die ganze Sache kommt. Die dritte Frequenz ist dann die Abenddämmerung, wo es dann in Richtung Nacht geht, wo dann die anderen Tiere kommen, wo sich das Ganze verändert. Und wenn du diese Frequenz hörst, dann merkst du, wie die Tiere, die dort sind, miteinander interagieren, wie die miteinander kommunizieren. Sehr, sehr spannend. Und dann noch eine Aufnahme in der Nacht, wo es dann angefangen hat zu stürmen, zu donnern und zu blitzen. Und das ist auch eines der epischsten Momente, im Grand Canyon zu sein, in der Nacht zu meditieren, die Nachtgeräusche zu hören, auch die Grille, die dort sind, zu hören. Und dann diesen Donner und diesen Regen, der dort in der Mitte kommt. Und am Schluss geht es dann, hört dann der Regen auf und dann geht es dann in die Grillenphase. Diese ganzen Versionen sind alle mit vier Herd produziert. Das heißt, das führt dich in eine sehr, sehr tiefe Trance hinein. Und ich kann nur sagen, hörst dir an, jeder ist anders und jeder ist ein eigenes Abenteuer. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie mit dir machen. Denn sie sind ja viel Freude damit und bis bald.